Ja, ist nur noch das Auge. Ich würde das Auge generieren. Ich hoffe, das Auge hat nochmal voll Speed auf mich gerade gegeben. Ich kann Wasserflaschen machen. Ich habe 100 Heal. Das sollte reichen. Jaja. Flatsch. Hop, 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 hop. Wasser, Wasser, Wasser. Kann ich jetzt wirklich runterspringen? Ja. Jetzt kannst du runter. Jetzt haben wir unten ein kleines Wasserbecken irgendwo gebraucht. Ja, ich würde hier oben schrecken. Roter Slime, roter Slime, roter Slime. Oh shit. Oh, nicht sterben. Ah, geht doch. Nicht sterben. Jetzt kannst du einfach runterspringen. Jetzt haben wir unten hier. Ne, ich bin doch nicht da. Weil man durch die Wasserquelle geht. Ganz, ganz knapp. Guck mal, ich stehe auf Wasser. Jesus. Reif. Du fällst einfach durch. Oh man. Ich muss diese Einrastfunktion mal ausschalten, die geht mir auf die Nerven. Warte, hier warten irgendwo Emeralds. Ja, bin der Medicine Mask, ne? Ich weiß. Warte, hier bist du aber. Warte, hier bist du aber durch. Wir sind schon. Ja, wir waren hier schon. Wasser. So, das Wasser backen. So. Ah, jetzt. Ja, genau. Ja, ich wollte jetzt ein Fackeln ab. Ich gehe nach oben. Ich gehe nach oben. Er baut sich mit Dreck zu. Ah. Ich brauche jedenfalls mehr Platz als normal. Oh, auf Ledermaus. Ah. Ja. Irgendwas hier oben so interessanter ist. Oh. Der rechts ist irgendwas, was so komisch leuchtet. Lass mal in die Richtung. Ich gehe nach links. Ich gehe nach links. Ich gehe nach links. Ich gehe nach links. Ja, das ist ein Blinkroot. Den brauchen wir eigentlich gar nicht. Aber da drüben ist eine größere Cave. Wir können sogar noch tiefer gehen, weil um zu tief man ist, um zu größere Adern findet man. Also größere Abbauadern. Äh. Äh. Oh. Okay. Ich habe jetzt mal kurz den Weg geleuchtet. Dann ist die erste Begegnung mit Motherslime. Das ist ein Riesenslime. Ja, das Ding, wenn man den tötet, dann kommen viel kleinere raus. Ja, das ist eigentlich recht kacke. Klammikaze. Alter, Nico. Ah, das will hochspringen. Es will hochspringen. Ah, Nico kommt zu dir. Ja. Pass auf, die Schwarzen machen sowieso am meisten Damage. Ja, geil. Wenn die dich anspringen, kriegst du... WTF. Äh, ich habe gerade Dunkelheit hier drin, deswegen. Weil ich sehe gerade gar nichts mehr. Oh, blub. Ey, fucker selbst. Blub, blub, weg ist der Blub. Ah. Gehst du weg. Ah. Gehst du weg. Hä, klappen. Hä, tot ist der Grabstein. Naja, da war ich nicht vorhin gestorben. Fledermaus, Fledermaus, Fledermaus. Wuuuuh. Aua, aua. Habe ich irgendwie nicht eine Bombe dabei oder sowas? Nee. Oh, noch eine Fledermaus. Viel Spaß damit, Diego. Wow. Ich bin fast tot. Er passt auf, das Ding. Ja, das Dynamit, Alter. Deckung. Boah. Ich hatte eine Dynamit-Stange und ich wollte es damit mal ausprobieren. Ja, das war am meisten Sprengkraft. Das war cool. Ich hatte das irgendwie. Ich hatte es einfach mal so. Ja, jetzt habe ich ganz viel Scheiße dabei. Hey, wie seid ihr denn da drunter durchgekommen gerade? Hä? Hä? Ihr seid da leider gegangen. Ja, du drüber. Es ist voll irritiert. Achtung. Pass auf, Daniel. Nichts ist so perfekt. Hatte wir jemanden losstickt? Ja, Daniel. Ach, sauber. Aber da ist die Falle, ne? Ja, ja, pass auf. Ich bin aber nicht dabei. Ist schon verreckt. Hö. Ja, genau. War ich das? Ja, das warst du. Hab ich denn gemacht? Hab ich denn alles gemacht? Ja, du kannst die Dinger schmeißen, wie gesagt. Die halten jetzt da für kurze Zeit. Oh. Gehle Drohnen. Aua. Wie hab ich das jetzt gerade geschmissen? Guck mal da links rüber. Ja, du kannst da, wenn du das Ding in die Hand hältst, kannst du mit links in irgendeine Richtung schmeißen. Luft holen. Luft holen. Luft holen, Daniel. Ja, ich bin mit drei Schwerdern hier. Lass mal raus hier. Daniel? Äh, gerade, äh, geschrieben. Schon mal nett. Ja, ist gerade wichtig. So, wie kommen wir jetzt am besten hier hoch? Warte, halt, Nico, weg da. Nico. Ah, du Prenner. Ach, das war... Ja, wie soll ich dabei... Oh, holy shit. Achtung, weg da, weg da, Nico. Oh, oh, oh. Nein. Unter Wasser, da... Unter Wasser kommen die Slimes, die fangen. Oh, ich hab noch... Oh, ich hab noch wirklich live ein Schlag und ich bin tot. Wow. Oh, das muss ich kurz. Lop. Pussis. Was denn so oben sogar noch? Hehehe. Ja, du freckst aber gleich, was noch zwei hier, äh, 20 Kiel, ne? Ähm. Ähm. Hehehe. Herr Pussy! Raphael, das war ein Hinder. Da ist schon wieder so ein fetter. Komm, nico, du ist unfähig. Ich hab's gemerkt. Oh, Fett. Ah, das ist zwar viel. Okay. Achtung. Ich werd's bezwingen. Okay, doch nicht. Weg hier. Nein, Anna. Boah. Boah. Niko will's riskieren. Hehehe. Also, wir bleiben hier oben, ne? Was ist jetzt unser Plan? Äh, irgendwie da vorbeikommen. Äh, war das jetzt grad absicht? Was? Oh, wir ums Wasser. Was hab ich gemacht? Ne, wollte ich nicht, ich wollte mich selber heilen. Keine Ahnung wie. Auf am Arsch! Alter. Gib die mal her. Ich warne, wie war das jetzt? Hab's ja ohne geworfen. Wie heilt man sich? Äh, mit Haar. Oh Gott. Äh, ich wüsste voll mit Wasser, ne? Oh, Alter. Fuck da, ob's dem Legaslime. Alter, wie, wie das Stein aus... Oh, 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 oh. Weg da. Ja, der buck da voll durch. Ja. Ja, geil. Ey, du Blöder. Warte, ich helfe dir. I'm coming. Alter. Stirb, Slime. Weg hier. Los, komm, Weg da, Weg da, Weg da bauen. Zubauen. So. Na. Guck mal, hier ist... Ja, die, die, die ist schon ausgelöst. Die ist schon ausgelöst. Ja, das ist auch hier. Du hast, du hast schon mal eine ausgelösten Kuchen so einen Stein geknallt. Ja, guck mal, hier oben sind Diamanten. Die ist ganz leicht mit Daniel. Das hast du? Ja. Kann das abbauen? Ja, das ist abbauen. Die kann man für teuer, äh, teuer verscheuern. Ich hab keine Fackeln mehr. Loll! Ich hab kein Holz mehr. Habt ihr noch Holz? Jo. Ja. Glaub schon, oder? Jo, warte. Glaub. Dann kann ich ja ein paar Fackeln machen hier. So. Ja, ich hab Bomben. Oh, Achtung, Wurm. Können wenden, der geht auf mich, oder? Attacke! Wurm! Holy Shit! Was war das? Komm, Schlag, 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 Schlag. Der kommt wieder. Wuh! Der ist tot. Was ist denn das da oben? Was? Das da. Ah, Silber. Achso. Da war eins selber. So. Und. Hopp! Alter! Wie groß ist das hier? Der Slime da unten. Ja. Holy Shit! Ja. Oh, nein. Schlecht. Schlecht. Ich hab kein Licht. Ja. Ich hab ein bisschen Licht gemacht. Wieso auch immer. Ich hab kein Licht mehr. Wieso auch immer. Nein! Nico, nein! Hol den Block weg! Nein! Hol den Block weg! Ja, der kriegt ja Luft. Kriegst ja noch Luft. Jetzt komm. Oh Gott, ich auch noch. Scheiße. Was haben wir hier? Äh. Banja! Kuchen Banja! Geh weg! Ja, genau! Wollt ihr verarschen oder was? Wollt ihr mich zubauen? Ich hab übelst wenig Baumlöcke noch. Ja, gut Nico. Oh! 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 Scheiße! Man muss ja ganz kurz was testen. Da unten ist was. Da ist Gold, ne? Ich hab doch noch die Dinger. Ich wollt schon sagen. Ich hab doch die Dinger. Gold! Oh, wir haben das Gold abbauen hier. Hier rechts auch noch eine Cave. Ich bin die Fackel. Okay. Ah! Ja, ja, ja. Alter. Alter. Oh! Ich baue das Eisen ab. Ich baue das Eisen ab. Oh! Da kommt Mother Slime, Mann. Von links. Warte, ich hab noch. Ich hab noch. Huah! Huah! Ja! Ja! Leine! Ja, gut! Stirb! Was ist das denn? Wurfmesser. Wurfmesser. Ja, mit T kann man es ausschmeißen. Ja, Standard. Ja, Standard. Ja, wusste ich nicht mehr. Ja, ich hab grad mal ein bisschen durchgetippt. Ja, irgendwas gedrückt oder was? Ja. Einfach mal das durchgedrückt. Hörst du nicht mehr. Da, 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 da. Hm, ne, das verstehst du ja, Henkel. Oh die Shit! Alter, easy case. noch, noch, noch. Oh, was war das für Leuchten hier? Setz mal ein paar Fackeln! ich habe das gefühl dass ich der einzigste bin der fackel sitzt gut leuchtet wir müssen mal nach links da unten ist eisen oder sowas oder sowas oder es war recht zu verabreden 3 und Prozent Prozent er hätte an der Ort und aber noch so gut okay auch verletzten ein zweiter und Kupfer oder Eisen das Kupfer Keine Ahnung. Das ist hier ganz schön gefährlich gerade. Warte, ich versuche mal da drüben eine Brücke zu bauen. So. Und jetzt. Hopp. Ich hab bald kein Baumaterial mehr. Oh, ich brauch mal Licht. Ok, ich korrigiere. Ich hab gar kein Baumaterial mehr. Nein. Shit. Was hab ich eigentlich hier drinnen? Wirfkreuz. Oh ja, ein paar Steine. Nee, Niko. Weißt schon, was du gerade geschlagen hast, oder? Ja, Multimining. Oh, fuck. Oh, fuck. Niko. 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 Niko, mach was. Ich kann nicht. Ich kann nicht. Ja, ich hab zwei. Nein. Ich verricke. Ich verricke. Jetzt. Nein. 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 Boah, Alter. Beide Edens liefen direkt da unten. Niko, du bist ein Horst. Warum? Wenn du mir in den Arsch springst. Du brotest Licht, hast du gesagt. Ja, dann kannst du auch so ein Ding runterwerfen. Ich hab davon nur noch eins. Was ist denn das da? Eisen. Was ist das da? Du bist mir auch Rainer. Ach, ich hab überlebt. Ich hab überlebt. Oh. Oh. Scheiße. Hier shoppt man das gerade so, ey. Da oben ist nur Kupfer. Hä, da ist gerade ein Pilzen runtergefallen. Hauptsache. Ja, hab ich rausgeworfen. Ja. Oh, wir haben neue Leute oben. Die sind jetzt eingezogen oben, die beiden. Ja. Das ist cool. Oh Gott. Aber unser Haus werden wir irgendwann nochmal verbreitern, oder? Oh ja, ich hab Glow Sticks gefunden. Oder? Kuchen? Unser Haus werden nochmal verbreitern. Ja, auf jeden Fall. Wir machen nachher auch Gartenhäuser. Du kannst auch einiges anpflanzen. Siehst du jetzt schon cool aus? Ja, das sieht ein bisschen doof aus. Sieht aus wie so ein... Kasten halt. So Old School Americana Apartment. Ich bin die Kussier mein. Ihr seid schon wieder unterwegs hier. Ja. Ja. Zauber. Unterwegs auf dem Miningsstript. Hui. Ich hoffe ihr wisst noch den Weg. Ach irgendwie schon. Irgendwie finden wir da schon. Ja, da ist ein Piranha drin. Haha. Was? Nein. Da ist ein Piranha drin. Ich hab eigentlich gedacht ich überlebe das, weil ich habe 140 Heal. Ja. Irgendwie nicht. Ja, irgendwie doch nicht. Ne, leider nicht. Wollen wir es mal arbeiten? Nein, wir probieren es jetzt erstmal nicht. Wir machen jetzt wieder eine kleine Pause. Und wir hören uns auch wieder später. Okay. Bis gehen da. Tschüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüĕ was beiden. Vielen Dank.